Wir wollen natürlich jetzt auswärts diese Leistung zeigen, die wir zu Hause immer wieder gezeigt haben. Ich denke, dass wir zu Hause sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert haben und auswärts es nicht so geschafft haben, diese Leistungen, die in Ansätzen auch auswärts da waren, dann in Punkte umzumünzen. Das gilt es einfach besser zu machen. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir wissen, dass Hertha zwei Punkte vor uns liegt, dass wir mit einem Sieg an Hertha vorbeiziehen können. Es steht fest und wir könnten natürlich auch wieder Abstand gewinnen zu den Abstiegsrängen. Das Ziel ist es zu punkten, wenn es geht zu gewinnen. Ziel ist es, eine gute Leistung abzuliefern und sich für die gute Leistung dann auch zu belohnen. Vom Kader her ist es so, dass Michael Parkhurst und Flachodimus krank sind, Andre Hahn gesperrt ist und bei Alex Manninger ist es so, dass er ein bisschen Probleme hat mit dem Knie, wo wir das Abschlusstraining heute abwarten müssen, ob er dann mitfahren kann oder nicht. Ja, das ist unser Hauptstadtklub. Ich denke, das allein ist schon so, dass er dann in die erste Liga gehört. Sie waren weg und jetzt sind sie wieder da, spielen eine gute Saison auch, sind vor uns, sind mit 18 Punkten da auch stabil. Es wird eine schwere Aufgabe für uns. Ich denke, Jos Luka hat es richtig gesagt, sie sind Favorit und wir wollen uns strecken und wollen bestehen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann wollen wir gewinnen. Wir haben Möglichkeiten mit Holzhauser, mit Philp, mit Moravec, denke ich, kann jeder diese Position spielen. Die klassische 1-zu-1-Lösung, dass wir die Position doppelt besetzt haben, haben wir aktuell nicht. Deswegen wird es einer spielen, der eben von den drei vorgenannten. Wir haben wichtige Spiele jetzt bis Weihnachten, da wollen wir punkten. Es ist klar, dass die Entwicklung erfreulich ist, dass sie sehr, sehr positiv ist. Ich glaube, dass jeder im Stadion merkt, dass die Mannschaft gewachsen ist und das freut den Trainer natürlich. Aber wir haben noch wichtige Spiele bis Weihnachten und da müssen wir die Basis legen für die Rückrunde und deswegen arbeiten wir konzentriert, ohne uns irgendwann mal auf die Schulter zu klopfen.